Hi und Servus. Hier kommt ein Vernichtungsvideo für eure Pumpe. Oder wir nennen es mal Vernichtungsnachweis. Okay. Hier ist die Pumpe. Holen wir mal. Hier ist die Pumpe. Hier ist die Pumpe. Hier ist die Pumpe. Hier ist die Pumpe. Also ich würde sagen, die ist offiziell jetzt im Arsch. Vielleicht kann man noch ein bisschen was mit Klebeband machen, aber ich würde sagen, Auftrag erfolgreich. Haut rein. Tschau. Tschau. Tschau.